Halli, hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde und liebe Wittmi-Gemeinde. Ich werde heute für eine Folge unterwegs in Dessau wiederbeleben und zeige euch die Leerstellenoffensive und den Tag der offenen Tür im Berufsschützzentrum Hugo Junkers. Also dann, viel Spaß dabei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und da bin ich wieder zu Hause. Wie ihr gesehen habt, bei der Leerstellenoffensive können sich Betriebe vorstellen bzw. Werbung machen. Wir konnten beim Tag der offenen Tür auch erklären, was in unserem Beruf wichtig ist und was den Beruf so schön macht. Ich habe ein bisschen was ergattert sogar. Einmal von Diamantzucker, eine Tüte mit einem Block und einem Stift. Also wie ihr gesehen habt, auch ein bisschen was von Rewe noch mit dabei und von Apotheke und allen möglichen Krimspams. Ja, ansonsten kann ich sagen, es war ein schöner Tag. Ich habe auch mit ein paar Leuten über meinen Beruf gesprochen und ein bisschen Werbung gemacht. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Also dann, Tschüssi! Tschüssi!